Zunächst will ich sagen, dass ich den Riccardo als Mensch und auch als Trainer unheimlich schätze. Sie alle und jeder hat gesehen, mit welchem Einsatz, welcher Leidenschaft er auch versucht hat, sich hier einzubringen. Ja, wir waren am Morgen schon überrascht, kann ich sagen. Es ist uns allen klar, dass wir unter unseren Erwartungen sind und wir auch nicht zufrieden sind. Ja, aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, die einen auch persönlich trifft und weil man natürlich kennt Riccardo schon länger und wir waren gestern Morgen dann schon überrascht. Wenn Dinge anstanden, immer offen unsere Meinung gesagt und so ist es dem Trainer unsere Meinung offen und ehrlich zur Verfügung gestellt. Und es ist einfach so, deswegen ist er Cheftrainer, in dem Fall jetzt gewesen. Er trifft die Entscheidungen, mal hat er unsere Gedanken aufgenommen, aber auch häufiger auch nicht. Und er hat einfach für sich auch eine ganz, ganz klare Philosophie, was ich sehr schätze und was ich für einen Trainer auch sehr wichtig halte. In meiner Philosophie ist es so, dass alle verantwortlich sind zu verteidigen, alle sind verantwortlich eine Kompaktheit herzustellen und letztendlich sind auch alle verantwortlich anzugreifen und damit Tore zu ermöglichen. Und insofern würde ich das nicht auf einen einzelnen Mannschaftsteil beziehen. Grundsätzlich liebe ich aggressives Spiel gegen den Ball und liebe ein Spiel mit dem Ball, dass man versucht Fußball zu spielen, dass man konstruktiv sich Torschancen erspielt. Das ist das und ich glaube, sind wir nahezu bei 100 Prozent in Deutschland, alle fußballbegeisterten Leute, wenn die sagen, das ist im Grunde genommen das, wie man sich Fußball vorstellt. Also Power und natürlich auch möglichst viel Fußball. Ja, ich bin jetzt, stand jetzt, hier steht es im Grunde drauf, Trainer, sonst steht der Co. drauf. Und es ist im Grunde genommen, wir haben ja vor der Saison bereits die Vereinbarung getroffen, dass ich Trainer vom Klub bin, ob jetzt als Co-Trainer oder jetzt im Moment als Cheftrainer. Also ich bin Trainer vom Klub. Ich glaube persönlich, dass einfach auch in der Öffentlichkeit mitunter diese Systemfrage ein Stück weit überinterpretiert wird, sondern es ist vielmehr, wie interpretierst du deine, ich würde das als Grundformation bezeichnen, wie man sie aufstellt. Und die Frage ist einfach, wer ist aus dieser Grundformation für welchen Raum bzw. für welchen Spieler verantwortlich. Und insofern ist das kein ganz großer Unterschied zwischen einem 4-2-3-1 oder einem 4-1-4-1 oder einem 4-3-3. Also das liegt alles sehr nah beieinander, das ist immer eine Frage der Interpretation. Jetzt geht es einfach darum, auch möglichst schnell wieder in vertraute Abläufe zu kommen.